was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute ghostwreck in wildlands zusammen mit dem mac manus den sachsen wir holen uns mal fix eine neue knifte holen uns noch ein groß und dann geht es in der haupt story weiter werden wir schon gesagt wenn es immer so ein bisschen miteinander verbinden neben stories haupt stories und so ja das ganze zeug immer versuchen mit einer folge mehr zu machen wir fahren hier gerade in eine schwer bewachte stadt einfach rein und versuchen man nicht aufzupeilen gut dass die unidatgruppe alarmiert wurde da kennen wir nix ich weiß nicht ob man eine waffenkiste sieht da ist hier auf jeden fall noch nicht taktikrolle ja da habe ich erschossen den sollten wir verhören nicht erschließen glaube ich ja aber der ist ja abgehauen links 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 wir liegen beide ich bin über die straße gerannt und dann hat er doch nicht geschossen links er kommt er steht vor dir steht vor dir steht vor dir ja es dauern beide aufheben schnell hinter uns kommt mit patrouille nein 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 du musst da unbedingt deckung gehen unbedingt deckung gehen geht weg dann spawnen alle daun ne nicht alle daun ach schießt die da nix kommt gleich noch einer was ist sauber wenn die diesen jetzt raus da kommt der nächste rein ja und einer steht noch am einer von der mauer fahrradtür deckung das verstehe ich ne das andere bin ich ja dann machst du die anderen du kannst das ja irgendwie schneller ich bin hier runter gerutscht noch ich bin ich schon wieder hoch bis oben so hier drin ist die neue waffe auf geht's hier drin ist die neue waffe auf geht's und dafür ist die magazinerweiterung immer so da kommt das nächste auto zum nachladen okay wir haben aber hier glaube ich noch informationen wir suchen uns ja und informationslager wird man noch holen ich habe einen erwischt da oder ob es in die uni das das ist nicht gut äh gut ja ja da ist der informationspunkt schnell weg neuer wagen super das ist gut dum 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 und auf jetzt also wird voll die tür eintreten boah was dann da schon wieder alle gut shooting let's clean up and move on dam 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 rechts sind noch informationen okay hier ist die schede für den sv helikopter für ferries supplies also hier ähm ihr wisst was ich meine oder ja das ist der brief alter die hirner der hat ja keinen wüstenhalter an ich habe einen schäcke wüstenhalter infos ähm gut sagt an was wollen wir machen haupt story nächstes ding ja lass mal eine story mission machen oh shit mit taktikkarte und zwar hätten wir wir haben ja auch einen hubschrauber das wäre ganz praktisch wenn wir da hin fahren erstmal und dann können wir direkt ähm jo danke fürs mitnehmen übrigens was ach so scheiße steht ja hier ich habe echt gedacht ihr seid losgefahren und tut mir leid hallo 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 ich war im fall anderem auto kocheraum juge wir waren alle erst in dem anderen auto was ist man der fahrer soll bitte erst es ist markiert du wei du Heinz du Heinz rechts rum da rechts rum hier 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 rechts rum Alter ich sag nicht dein Ernst hör mal auf die Leute zu überfahren das ist voll uncool hör mal auf die süßen das und die das da rechts ist der Hubschrauber siehst du doch fahrer rein einfach mal hin so jetzt links kennt ihr die Bieber Brüder jetzt rechts kein Führerschein so jetzt da runter links jetzt da steht ein Hubschrauber oh Taktik oder? oh gegen die Ziege oh gegen die Ziege oh gegen die Ziege oh oh alter guckt euch bitte mal an was der hat oh Schütze bin ich jetzt Jungs da könnt ihr mal schildern euch bewaffnen oh ich will auch Schütze oh ihr seid da oben sind noch mehr rein oh das Ding ist oh warte dann nehmen wir missionstechnisch mit ich wollte nur mal testen ja komm starten 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 ich habe keine meldung ich habe das falsche markiert also daneben da ist noch irgendwas anderes daneben keine ahnung aber das passt sind sie an den mgs sind sie an den mgs sind sie an den mgs ja links von dessen hedi drinnen hier den mach ich erstmal schönen angst hier unten mit ok lol moment hier müssen wir ein bisschen aufpassen da ist auf jeden fall auch unsere haupt äh alter guck doch mal wie viel rot hier ist du musst die mission mal annehmen damit wir die auch machen achso das ist doch die kasino achso äh ja ich hab schon das licht aus leute die ist direkt abgeschossen worden was ja drohne raus war direkt weggeschossen ja wenn wir mit land am strand ok mit so gepanzerten heli auch kurz bevor der base stehen ähm hier könnt ihr links die da in dem strandkorb mal direkt nö vielleicht gehen die kanne und nicht ok jetzt bitte lasst erstmal spotten ja sie sind nicht gejagt nix von daher vielleicht klappt es mit der drohne nochmal spielautomaten und spielzüge sollen wir zerstören ne ist ein kasino 42 stück ok oh alle meisten sind alle drinnen da kann es nicht viel sparen kann man mit der drohne einfliegen ja fällt ja auch gar nicht öff ach du scheiße da oben scharfschütze down hab ich hier mal gut entdeckt ok den hab ich auch wir müssen rein am besten taktisches vorgehen Freunde da oben du Schlingel ich sicher links gut dann nehm ich den ich bin hinter dem spielautomat ja hier war schon eingangs du rennst ja los alles abknall euch mach die spielautomaten kaputt hier los explodieren gleich spielautomaten ja danke da mit die Chips auf bin gespannt wie die dann einlöst Hilf mich auf, da ist ein Gegner, Frizzy. Oh. Sehr gut. Gegner down, ich hilf mich auf. Fizzy, du bist aufgehoben. Du hast deine Markenzeichen. Wer denn? Der Frizzy, also bei Rainbow Six 30 Schuss nachladen, 31 Schuss. Sam Clancy, CSGO. Überall. Bleibst deinem Markenzeichen. So. Hier ist ein Griff, da unten. Irgendwie nicht, also ja. Oh, hier draußen ist immer noch was. What the fuck? Wo ist der? Da. Hab ihn. Okay, sieht gut aus, oder? Also Gegner sind wir erstmal alle los. Kommt man denn nach da oben, ich brauch mal Revolution hier. Weg da, hier. Sind nur noch die Automaten. Ich hab noch einen hier oben, dann haben wir's. Oh, ähm, hier oben ist ein Orden. Ja, oben. Ja, oben. Kein Orden. Nee, ich hab den Skill. Skillabballer, ne? Skillabballer, ne? Skillabballer, ne? Skillabballer, ne? Skillabballer, ne? Ja, kein Orden. Nee, ist tatsächlich in dem Game, was unterschiedlich ist. So, ähm. Super. Haben wir geschafft. Also Casino down. So, jetzt ist noch mal ganz kurz ab. Schick und weg. Das war's schon? Ja, mehr war's nicht. Hat die Kompli-Action. So, macht eure Munition nochmal voll hier unten, das ist Muni-Kiste. Ja. Wo ist da? Wieder eine, ey, mit so riesen... Nee, oben. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ey, sollen wir doch mal mit dem Boot hinfahren? Warten, du. Oben. Sollen wir machen. Boah, aber ein Boot? Sollen wir doch mal mit dem Boot hinfahren? Draußen ist auch noch eine. Komm. Ja, warte doch mal. Das Boot. Wir müssen Boot fahren. Ach, ja. Ach, da ist ein Boot. Ach, da ist noch ein Boot. Das Boot eine Kanone? Nee. Boah, hier. Schöne Yacht, ne? Ich dir, du. Boah, da kann man wieder nicht einsteigen. Na, was denn jetzt? Ach. Geh mal kurz vor dem Fahrrad. Kann auch nicht einsteigen. Nee, das ist, glaub ich, nur für Fahrrad. Das ist ein Einzel- Einzelboot-Ding. Ach, was nur Scheiße. Ist da ein anderer dasselbe? Nee, das hat nen Dach. Ähm. Den scheiß Heli, wenn wir uns annehmen. Der fand halt... Nee, warte mal. Hier gehen wir ja, oder? Nee. Fuck. Was denn, ey? Haut rein, Jungs. Ne, komm dann nicht nach den Heli hier vorne. Ja, ich bin schon unterwegs zum Heli. Fahr mit dem Boot zum Heli. So. Oh, ich dachte, du fährst voll in den Heli rein. Äh, ich hab gedacht, ihr nehmt mich wenigstens... Okay. Das ist cool. Hast du den Strand? Jetzt hab ich wieder Sand in die Unterhose. Okay, ich bin Schütz, Renni. Wenn du jetzt nach links drehst, dann kann ich alles wegbumsen, was sich bewegt. Ja, genau. Banus? Ja, ja. Hast du mir den Sand aus der Hose raus? Ja, ja. Kennen Sie ja, ne? Wenn der Sand in den Arsch geklebt. Aber... Warte, ganz kurz. Äh, 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 äh. Das Beste ist, wir spotten vielleicht noch was mal. Äh, geht nicht, ist gejammt. Ja, aber, Reni, was machst du da, Reni? Ja, wir haben links und rechts, Frau Freikarte. Okay. Können wir los, Kinder. Harwein, hab zwei. Hab drei. Äh, 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 da links wird geschossen. Ich seh keinen mehr hier bei mir. Oben auf dem Dächer ist was. Ich darf schützen. Lande mal hier. Wer ist da rechts? Ja, reicht's. Ja, gut, reicht. Jemand schießt mit Raketen auf uns? Ja. Jo, ich bin raus. Tausend Schicker raus. Fast. Haben alle überlegt. Ja. Alles gut gegangen. Äh, hätte ja nichts anders. Den hab ich. Okay, ich schick mir mal ne Drohne hoch jetzt. Aber es wird... Das ist kein taktisches Vorgehen, was wir hier machen. Fuck. Ich muss drauf an, wie man es sieht, ne? Ich hab noch zwei. Nooo. Das ist knapp, ey. Irgendwo noch einer sein. Da oben auf dem Dach. Naja. Wie viel sind tot von uns? Hinter uns, Renni. Waaah. Vor uns Granate. Hinter uns zwei down. Huh. Es kommt Mörser. Ja. Nimmst du noch? Ich hab noch zwei down. Ja. Oh, fiii. Schon mal das Silvester. Wo ist denn dieser scheiß Stördänder? Die ist ja weit geflogen. Oh, in dem Moment steht er natürlich auf, der Pisser. Oben auf dem Dach ist noch um eins markiert. Ja. Guck mal. Ist markiert von mir? We got a sniper, get down! Oh, Scharfschützer am Arsch. Ähm. Da hinten sind ein Scharfschütze. Fuck. Naja. Ist das? Wow, lol. Alter. Wo ist der? Ah, Scharfschütze down. Ja. Da vorne. Wo der hier unten ist. Oben den hab ich. Ja, sag mal. Ich hab noch einen. Ja, ist gleich sauber, würde ich sagen. Ich hab einen. Oh, der hatte den Heli fast zerstört. Die beruhigen sich, sie denken wir sind weg. Ich glaub die beruhigen sich, weil sie alle tot sind. So, denk bitte gleich an die Erfahrungspunkte, dass wir die alle einsammeln. Ganz oben auf dem Gebäude. Ah, so eine kleine Nachschubmarkierung kann ich mal machen, ne? Boom! So, Renni, hast du dich wieder in die Luft gesprengt? Naja, sag mal so, ich hab den Typen an den Mörser abgeknallt, aber die Explosion war ein bisschen heftiger. Oh, der Hubschrauber ist hinüber hier. Naja, hat der Mörser drauf geschossen. Okay. Wir haben hier noch eine Waffe. Er läuft an mir vorbei, er läuft an mir vorbei, ist interessant. Wir haben übrigens noch einen Waffenteil, ne? Noch interessiert es eh nicht. Da oben? So. Ah, ist schön. So, ja, da, da lag. So, warte, da rühren wir mal kurz die Scheiße. Ach, da unten in dem Haus ist noch eine Waffenkiste. Ja, mach mal hin da. Da, bin dort. Was haben wir hier gekriegt? Sturmgewehrlauf, kurzer Lauf, okay. Eben, Ausrüstung. Was ist denn besser, langer oder kurzer Lauf? Eigentlich langer Lauf ist präziser. Ja, auch präziser auf Entfernung. Ne, mehr Schaden sind impräziser auf mehr Entfernung. Also ein langer Lauf ist präziser, deswegen hat ein Scharfschützengewehr einen langen Lauf. Guck auf die Waffe oder vergleichst er. Ja, aber ein Scharfschützengewehr dann langer Lauf wie eine Pistole, oder? Nein, nein. Das war mir schon klar, dass ich das geguckt habe. Ich wollte in real life technisch wissen, ob langer Lauf oder besser ist. Guck mal warten. Also, das ist halt individuell. Ähm. So, hier haben wir alles abgegrast, das heißt. Bei uns sind noch Gegner. Einer kommt auf uns zu. Straße jetzt. Sie ist auf mich, ich sehe ihn nicht. Oh, hier sind ja noch mehr. Ja. Ich habe eine blöde Frage, wo war denn das Fanglas? Äh, B. Ja, B. Ja, B. Ja, B. Ja, B. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.